Hallo hier meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Heute wird es mal ein bisschen anderes Video. Ich setze mich hier hin und rede, als hätte ich einen eigenen Podcast, den ich noch nicht habe, leider. Ich will schon die ganze Zeit einen Podcast haben, aber es wird einfach nichts. Deswegen mache ich heute dieses YouTube-Video, um so zu tun, als ob ich einen Podcast hätte. Deshalb erzähle ich euch heute von fünf Gewohnheiten, die du in 2024 aufbauen solltest, um glücklicher und gesünder zu leben. Wie ihr wisst, bin ich ein absolutes Routinen, Gewohnheiten, girly. Ich liebe es einfach, meine Routinen zu haben. Ich liebe es so sehr, wirklich. Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr es mein Leben verändert hat. Ich hatte früher gar keine Gewohnheiten. Ich hatte auch keine Routine. Ich habe einfach in den Tag hineingelebt. Ich bin aufgestanden, wann ich halt wach geworden bin. Ich bin schlafen gegangen, wenn ich todmüde war. Mir ging es sehr schlecht. Das mal als Background-Story. Mir ging es sehr schlecht früher, als ich ohne Routinen gelebt habe. Das heißt nicht, dass Routinen für jeden was sind. Das heißt auch nicht, dass jeder mit den gleichen Routinen zurechtkommt oder mit den gleichen Gewohnheiten. Aber ich denke, die, die ich heute vorstelle, sind schon sehr allgemein gedacht und gelten eigentlich für jeden. Ich habe vorletztes Jahr schon mal ein Video gemacht zu sieben Gewohnheiten, die mein Leben verändert haben. Das verlinke ich euch sehr gerne hier mal. Aber heute soll es um fünf Gewohnheiten gehen, die einfach ein glücklicheres und gesünderes Leben herbeirufen. All diese Gewohnheiten sind auch Teil meines Lebens. Und manche davon versuche ich auch immer noch in mein Leben zu integrieren und sind auch noch nicht perfekt umgesetzt. Wie zum Beispiel Gewohnheit Nummer eins. Mach deine mentale Gesundheit zur Priorität. Ich weiß, das hört man oft. Und ich glaube aber, dass einige es sehr unterschätzen, beziehungsweise auch nicht die Ausmaße davon wissen, was alles dazu gehören kann, beziehungsweise was alles dazu gehören sollte, seine mentale Gesundheit zur Priorität zu machen. Wir sind alle aware, dass Mental Health irgendwie ein Thema ist. Und dass auch Menschen, die vielleicht keine akuten psychischen Erkrankungen haben, sich auch um ihre mentale Gesundheit kümmern können. Ihr müsst es immer ein bisschen einfach mit eurem Körper vergleichen, weil Körper und Geist sind eins. Und wir tun ja auch Sachen dafür, um einen gesunden Körper zu haben. Und genauso sollten wir Sachen tun, um einen gesunden Geist zu haben. Ganz gleich, ob wir halt erkrankt sind oder nicht. Sondern jeder sollte auch seine mentale Gesundheit zur Priorität machen. Aber was heißt das genau? Zum einen heißt es, nein zu den Dingen zu sagen, die dir nicht gut tun. Ob es ein Treffen ist, auf das du überhaupt keine Lust hast, mit einem Menschen, der dir nicht gut tut. Ob es eine Aufgabe auf der Arbeit ist, die du einfach nicht übernehmen kannst oder möchtest, weil sie dir nicht gut tut. Und weil du dadurch überlastet wärst. Ob es die Familie sehen an Weihnachten ist. Ob es ein Gefallentun für einen Freund ist, aber du bist überhaupt nicht in der Stimmung. Dir geht es nicht gut. Du bist vielleicht auch körperlich einfach erschöpft an dem Tag. Es ist okay, auch nein zu sagen. Natürlich sollte man auch nicht nur nein sagen. Ich kenne das selber von mir, dass ich früher eine extreme Neinsagerin war. Einfach aus Angst. Und auch viele Sachen nicht gemacht habe. Oder bei vielen Sachen einfach gesagt habe, nein, ich komme nicht mit. Nein, ich habe keine Lust. Aber eigentlich war es nur Angst. Und ich glaube, da spielte es einfach eine große Rolle, dass man auch natürlich lernen muss, auf sich selbst zu hören. Und seine Bedürfnisse zu kennen. Und je besser man sich kennt, je besser man seine Bedürfnisse kennt, desto leichter fällt es ja auch zu merken, hey, möchte ich das jetzt wirklich machen? Oder möchte ich es nicht machen? Und meine Devise ist dabei jetzt mittlerweile immer, wenn es kein klares Ja ist, dann ist es ein Nein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich nicht mehr nur in meiner Komfortzone bewege und ich mich schon auch challenge und auch gerne neue Sachen mache. Bei Sachen, wo ich weiß, hey, ich kann mich einfach nicht entscheiden, Ja oder Nein. Dann denke ich mir so oft, wenn es kein klares Ja ist, dann ist es ein Nein. Und dabei ist natürlich auch wichtig zu wissen, man muss nicht bei allem dabei sein. Es gibt natürlich viele Leute und ich habe früher auch extrem unter FOMO gelitten, also Fear of Missing Out. Aber man kann nicht überall dabei sein und es ist auch nicht alles für einen. Ich habe auch früher gedacht, ich muss mit jedem abhängen und ich muss bei jeder Party dabei sein und ich muss immer überall cool mit jedem sein. Bis ich realisiert habe, ich kann gar nicht mit jedem cool sein, weil es ist gar nicht alles für mich. Ich bin einfach eine Person, ich bin liebend gerne auch zu Hause. Ich bin liebend gerne in meiner Zone. Ich lese gerne. Ich bin gerne für mich, ich habe gerne Ruhe. Je mehr ich Menschen finde, die das Gleiche enjoyen und mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, desto besser geht es mir. Und auch das ist die mentale Gesundheit priorisieren. Was natürlich auch ganz wichtig dabei ist, ist sich mal einen freien Tag zu nehmen, auch für die Mental Health. Und das ist auch schwierig. Ich weiß, mir fällt es auch sehr schwierig. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und wenn es einem schlecht geht, dann ist es besser mal einen Tag mehr freizunehmen, als dass es einem dann richtig schlecht geht. Auch hier vergleiche ich es immer wieder gerne mit körperlichen Krankheiten. Wenn ihr merkt, es kommt eine Erkältung, dann ist es immer besser, einen Tag sich auszuruhen und freizunehmen und sich zu entspannen, sich zu erholen. Anstatt, dass man dann durchhasselt und am nächsten Tag halt nur noch kränker aufwacht. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Schritt, den wir alle kollektiv als Gesellschaft in Deutschland auch noch lernen müssen. Dass die mentale Gesundheit ein genauso legitimer Grund ist, sich auch mal einen Tag freizunehmen oder auch mal eine Woche freizunehmen oder sogar mal einen Monat freizunehmen. Je nachdem, wie schlimm es einem halt geht. Und wenn es einem schlecht geht, wenn viele Emotionen da sind, dann ist es auch immer gut, diesen Emotionen Raum zu machen und Platz zu machen und darüber zu reden. Ob es jetzt mit Freunden ist, mit Familie ist, mit Partner, vielleicht sogar mit Leuten auf der Arbeit. Aber drüber sprechen hilft. Raum machen, Platz machen, es wahrnehmen, drüber sprechen, real werden lassen. Kommen wir auch schon zu Punkt Nummer zwei. Und ich glaube, das ist zurzeit auch ein großer Trend, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass diese Gewohnheit ein bisschen zum Trend wieder wird. Und das finde ich super, weil es ist super, super wichtig. Und zwar ist das Hobbys ausleben. Ich habe das Gefühl, eine Zeit lang war es vor allem auf Social Media so, dass alles, was man gemacht hat, auch als Content gedient hat oder man versucht hat, das irgendwie zu professionalisieren und damit was zu verdienen. Aber es ist so wichtig, Hobbys zu haben, die auch einfach nur Hobbys sind, die einfach nur da sind, um dich glücklich zu machen. Ob es jetzt Lesen ist oder Sport machen ist oder Malen ist oder Basteln ist oder Zeichnen, was auch immer. Irgendwas, was einfach wirklich für dich dich glücklich macht. Wo du keinen Leistungsdruck hast, wo du nicht besser drin werden willst, um damit irgendwie Geld zu verdienen oder was auch immer. Sondern wirklich einfach nur freizeitmäßig die Hobbys machen. So, just do it for yourself. Ohne Druck, ohne Leistungsgedanken. Und am besten fängt man damit an, indem man sich fragt, was habe ich als Kind genossen? Was habe ich als Kind gerne gemacht? Was jetzt irgendwie zu kurz kommt. Wenn ich so drüber nachdenke, was ich als Kind gerne gemacht habe. Ich habe gerne gelesen. Und ich lese jetzt unfassbar viel. Einfach, weil es wirklich, es saugt mich in eine andere Welt. Es macht mich so glücklich. Ich lese so gerne und ich lese mittlerweile auch viel lieber, als dass ich eine Serie schaue, weil es mich halt auch einfach mental so viel mehr beruhigt und einfach entspannt. Lesen ist einfach cool, Leute. Oder vielleicht hast du Inliner noch in deinem Schrank stehen, die du einfach seit Jahren nicht benutzt hast, aber die dir dann vielleicht noch passen. Oder vielleicht bastelst du mal wieder was. Oder machst Lego, ein Puzzle. Ich habe letztens gepuzzelt. Das war geil. Einfach mal so Sachen machen, die einfach glücklich machen. Gewohnheit Nummer 3, die auch du dieses Jahr aufbauen solltest. Finde einen Sport, der dir Spaß macht. Und Leute, wirklich, ich kann das nur preachen. Wirklich. Unsere Körper sind dafür gemacht, bewegt zu werden. Und wir bewegen uns so verdammt wenig. Und das ist ein Problem. Beziehungsweise, es ist halt ungesund. Es ist ungesund, wie viel wir rumhocken. Es ist ungesund, dass wir auf der Arbeit viel rumhocken, wenn ihr in einem Bürojob seid, wie ich. Es ist ungesund, wenn wir einfach nur den ganzen Tag zocken. So wie ich früher. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass wir einen Sport haben, der wirklich Spaß macht. Der Aspekt des Spaßes ist wirklich nicht zu unterschätzen. Weil wenn du Spaß dabei hast, dann zwingst du dich auch nicht dazu, das zu machen, sondern du machst es gerne. Leute, ich habe Sport gehasst. Okay, wirklich, ich war so ein Sportmuffel in der Schule. Wenn Laufen angesagt war, ich habe wirklich, ich habe das gehasst. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es gehasst. Ich konnte es nicht. Es hat immer, meine Lunge hat wehgetan. Es hat gar keinen Bock gemacht. Ich habe es gehasst. Und jetzt, wirklich, haltet euch fest, ich stehe freiwillig um 6 Uhr morgens auf, damit ich morgens noch meine 5 Kilometer im Gym laufen kann. Und das hätte ich nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Aber jetzt macht es mir Spaß. Und es ist natürlich auch viel Trial and Error. Manchmal hat mir das mehr Spaß gemacht, manchmal das. Ich glaube, so richtig Sport mache ich jetzt erst seit ein paar Jahren. Ich war lange, lange unsportlich, aber habe während meiner Studienzeit mit dem Fitnessstudio angefangen. Da habe ich dann mit Kraftsport und mit Ausdauersport angefangen. Ich fand es okay. Ich glaube, ich habe es mostly einfach wirklich gemacht, weil ich dachte, oh, ja, ich will anders aussehen. Und das ist komplett legitim. Das ist komplett in Ordnung, wenn ihr irgendwie Sport machen wollt, um euch auch besser in eurem Körper zu fühlen. Sei es jetzt halt auch eben wegen der Physik, wegen des Aussehens. Aber glaubt mir, das Gefühl, Sport zu machen, ist einfach unbeschreiblich. Und das ist ja auch eine Sache, die nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geiste gut tut. Für mich ist es jetzt eben das Laufen. Wie gesagt, ich habe auch viel ausprobiert. Ich war früher auch viel Joggen draußen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber da war ich halt wegen des Wetters meistens dann nur im Frühling laufen und dann halt nicht mehr. Wann wirklich der Turning Point war, war, als ich angefangen habe, Poledance zu machen. Weil das der erste Sport war, wo ich wirklich mit Leidenschaft dahinter war, ja. Also wirklich Leidenschaft. Ich liebe diesen Sport und ich würde auch wirklich jedem empfehlen, den einfach mal auszuprobieren. Auch Männer können diesen Sport machen. Ich habe schon einige gesehen, die es machen. Deswegen. Es ist halt absolut Kraftsport. Es ist aber auch gleichzeitig, es ist challenging. Es lässt einen gut fühlen. Es lässt einen mit seinem Körper gut fühlen. Man liebt sich selbst. Man wird, ach, es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Es gibt so viele verschiedene Arten von Poledance. Ob es jetzt Tanzen ist, Tanzen auf Heels, Tricks, Spinning, was auch immer. Seitdem mache ich wirklich so gerne Sport und bin sportlich. Und jetzt gehe ich auch noch laufen im Gym und bin dadurch auch noch ultra happy. Weil Ausdauersport hat mir sehr gefehlt. Geist und Körper dankt auf jeden Fall. Und hier nochmal der Tipp, warum ich mich jetzt auch im Gym angemeldet habe. Versucht euch eure Hürde, wenn eure Motivation irgendwann nachlässt. Weil Spaß und Motivation für Sport sind am Anfang oft sehr hoch, aber lassen irgendwann nach. Aber versucht euch einfach eine Routine aufzubauen, die so wenig Spielraum wie möglich hat. Wo ihr so wenig Ausweichmöglichkeiten oder Ausreden, besser gesagt, habt wie möglich. Das heißt, ich gehe halt nicht draußen joggen, sondern ich gehe im Gym joggen, damit ich halt eben nicht sagen kann, Oh, heute regnet es aber. Heute ist es zu kalt. Ah, jetzt ist es zu warm. Ich kann einfach jeden Tag zum Sport gehen, weil es ist einfach ein überdachtes Gym. Und ich gehe da auch gerne hin, weil es einfach schön ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich wirklich Routinen schafft, wo man halt eben nicht dann jeden Tag irgendwie sagt, ich gucke mal, ob ich gehe. Nee, du gehst. You're going, girl. Und die fünfte Gewohnheit, die ich heute mit euch teilen möchte. Es ist eher so ein kleines Lebensmotto, habe ich das Gefühl. Und ich liebe es total. Und zwar geht es darum, dass wir alles romantisieren sollten. Alles. Jede Jahreszeit. Jede Feier, die ansteht. Jeden kleinen Win, den wir haben. Jeden alltäglichen Moment. Wir sollten einfach alles romantisieren. No joke. Es hilft so sehr, glücklich zu sein. Es hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun, wenn man Dinge romantisiert, weil man dann mehr im Moment ist und den Moment annimmt und den Moment sich schön macht, indem man ihn wahrnimmt. Das ist für mich, was so Romanticisen bedeutet. Aber halt eben auch so Sachen wie, ich mache mir ein Moodboard für den Monat. Ich habe jetzt zum Beispiel für den Februar auch ein Moodboard gemacht, was natürlich viel irgendwie Valentinstag und meinen Geburtstag umfasst. Ja, ich möchte zum Beispiel auch für meinen Geburtstag einen tollen Kuchen backen. Ich habe eine Party veranstaltet jetzt, beziehungsweise geplant, wo ich ganz viele Leute eingeladen habe. Das sind so Sachen, die sind für mich nicht selbstverständlich gewesen. Ich habe früher teilweise auch einfach gar nicht gefeiert und nichts geplant. Aber das fand ich traurig. Und jetzt merke ich, je mehr ich die Events in meinem Leben feiere, je mehr ich sie romantisiere, je mehr Zeit ich da reinstecke, desto glücklicher bin ich. Wenn ich ein großes Ding aus meinem Geburtstag mache, weil ich da ein großes Ding draus machen möchte und geile Deko haben möchte und eine Party machen möchte, wo ich viele Leute einlade und einen Kuchen backe und so weiter und so fort, dann macht mich das glücklich. Und es macht mich auch glücklich, wenn ich mich im Herbst einfach cozy einpacke, Twilight gucke, Tee trinke, dann im Winter irgendwie Weihnachtsmusik höre, es dekoriere, mit Lichterketten, im Frühling picknicken gehe oder spazieren gehe und einfach alles wahrnehme in der Natur, wie die Blüten blühen und alles und im Sommer an den See gehe. Wisst ihr, was ich meine? Das Leben zu romantisieren hat so viel mit Achtsamkeit zu tun und mit Lebensfreude zu tun und mit Lebensqualität zu tun und mit das Leben ausschöpfen. Und ich finde, das ist eine Sache, die man sich wirklich auch jeden Tag vornehmen sollte. Ich romantisiere auch meine Abendroutine so sehr. Ich mache mir einen Tee, ich mache mir eine Wärmflasche, ich nehme mir mein Buch, ich lese, ich mache mir schöne Musik an und es ist einfach jeden Tag ein richtig schönes Ritual und ich liebe das. Und ich finde, dazu gehört auch noch, dass man eben, wie gesagt, seine kleinen Wins feiert, dass man nicht nur die großen Wins feiert, wie, oh, ich habe jetzt mein Abitur, oh, ich habe meinen Studienabschluss, oh, ich habe meinen Führerschein, ich habe ein Kind bekommen, ich habe ein Haus gebaut. Nein, wir sollten auch die alltäglichen Wins feiern. Ob es jetzt ist, dass ich 1000 Abonnenten auf YouTube geknackt habe und dafür einen Kuchen gebacken bekommen möchte oder mir selber backe oder dass ich irgendeine Angst überkommen habe, wie ich mittlerweile mit meiner Hundephobie und ich bin so stolz darauf, wirklich, ich bin so stolz darauf, dass ich es geschafft habe, meine Hundephobie abzulegen, weil ich hatte wirklich die größte Angst ever vor Hunden. Ich bin wirklich immer auf die andere Straßenseite gewechselt, egal wie groß der Hund war. Und jetzt frage ich fremde Menschen, ob ich deren Hunde streicheln darf und ich bin wirklich einfach stolz darauf. Und das sind so Sachen, da feiere ich mich auch für. Und nicht nur von euch selber, Leute, guckt auch nicht nur auf euch, sondern guckt auch auf eure Freunde und auf euer Umfeld, weil das ist noch viel schöner, wenn man nicht nur seine eigenen Freuden feiert, sondern auch noch die Freude anderer teilt und mit anderen feiert. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Bock, meine Abendroutine einzuleiten und hier mir einen schönen, romantisierten Abend zu machen. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Video mitgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr diese Habits in 2024 auch integriert. Wenn nicht, ist auch okay, aber let me tell you, it helps. Makes happy and healthy. And happy and healthy is the life I want to live. Genau. Okay, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns im nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne wie immer einen Kommentar da. Sagt mir gerne, was bei euch in eurer Wellness Journey nicht fehlen darf. Welche gesunde Gewohnheit? Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo, wenn ihr mehr in Richtung healthy, habit, productive, cozy, girly Content sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao. Ciao. Ciao.